Bevor die Folge losgeht, einmal die Zusammenfassung, die ihr jetzt schon gewohnt seid. Wir haben ja ein bisschen das ganze Konstrukt umgestellt. Wir sprechen, ich spreche mit Matthias von Bike24. Total spannend, weil er in der Pandemie angefangen hat, bei Bike24 zu starten, ist dann von ein beziehungsweise zwei Mitarbeitern mit ihm auf über zehn skaliert, hat von On-Premise in die Cloud gewechselt, hat unterschiedliche coole Use Cases aufgebaut und hat zu vielen Themen genau die gleiche Ansicht wie ich, was mich total freut. Nicht, weil meine Meinung hier die richtige ist, sondern weil allgemein ich dann auch das Gefühl habe, dass meine Gedanken nicht ganz so falsch sind, weil den Weg, den er gemacht hat, ist schon total spannend. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu MyData is better than yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt der Matthias von Bike24. Matthias, stell dich doch einmal kurz gerne vor. Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Matthias, ich bin 35 Jahre alt, darf seit anderthalb Jahren für Bike24 die BI-Welt gestalten und formen, nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Nicht ganz allein, aber zumindest federführend dort als Head of BI, Data & Analytics, ein bisschen sperriger Titel, sagt aber im Grunde alles, was so in meinem Aufgabenbereich liegt. Alles, was mit Data bei uns im Hause zu tun hat, läuft bei uns irgendwo über den Tisch oder die Systeme. Bike24 als reiner E-Commerce-Player im Bereich der Fahrrad- und Zubehörteile. Ist jetzt seit 20 Jahren am Markt und hat natürlich durch die letzten Jahre ein extremes Wachstum hingelegt. Gerade Corona war da so ein Treiber und da haben wir jetzt die Chance, die Data-Welt dazu neu zu gestalten. Ja, extrem spannend, ohne jetzt hier irgendwie schmeicheln zu wollen, aber auch mal eine meiner letzten Bestellungen für mein Bike-Equipment ging bei euch ein. Von daher sehr cool. Lass uns doch mal beleuchten, von wo hast du gestartet? Ich glaube, das ist immer total spannend, mal so die Geschichte oder die Historie in so einer BI-Welt zu verstehen. Als du unterschrieben hattest bei Bike24 und dann anfangen durftest, wie groß war da die BI-Abteilung? Ich habe angefangen, da durfte ich einen Mitarbeiter kennenlernen, habe den übernommen aus dem ehemaligen Team. Zwei, drei Monate vorher ist noch ein weiterer Kollege abgegangen, sodass ich mit einem Team angefangen habe, wo wir eigentlich Einzelkämpfer waren. Ein Kollege kannte alles, die komplette Welt und dann haben wir gemeinsam uns überlegt, wie wir das Thema in Zukunft gestalten wollen. Als ich unterschrieben habe bei Bike24, da war gerade so die Corona-Pandemie am ersten Peak, Mitte 2020. Angefangen habe ich dann am 1. Januar 2021. Da hatte Bike24 das erste Corona-Jahr hinter sich. Hatte extremes Umsatzwachstum, was natürlich dann auch auf das Datenwachstum immensen Einfluss hat. Und so die ersten Wochen, die ich ankam, ging es eigentlich nur damit los, Brände löschen, die Datenladungen wären nicht mehr fertig, die Ladeprozesse sind am frühen Nachmittag erst fertig. Also so die Klassiker, wenn irgendwie Wachstum auf eine bestehende Landschaft trifft und die dann nicht mehr mithalten kann. Wie muss ich mir sowas vorstellen? War das alles On-Premise? Wenn da zwei Leute vorher drauf saßen, was war das für ein Konstrukt? Klassische On-Premise SQL-Server-Welt. Man hat das Beste von Microsoft gegriffen. Das Datenintegrationswerkzeug hat den SQL-Server dort ausgewalkt in alle möglichen Richtungen. Hat auch das OLAP-Tool vom SQL-Server intensivst genutzt. Vom Reifegrad muss man sagen, gerade was den Informationsgehalt angeht, auch sehr, sehr weit. Also wirklich in viele Details. Der CFO persönlich hat mitentwickelt an dem System, hat viele seiner Gedanken und Ideen eingebracht. Immer sehr straightforward, muss man auch dazu sagen. Das hat jetzt nicht die Wartungsfreundlichkeit des Systems erhöht, aber total den Nutzen gesteigert, weil die Kollegen hatten eine Idee und haben die implementiert. Und wenn das in zwei Jahren dann nicht mehr gelaufen ist, hat man es optimiert. Aber man hat nicht von vornherein das so gebaut, dass das jetzt für die Ewigkeit hält. Aber der Nutzen war extrem hoch und wir zehren da immer noch sehr, sehr stark von. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Waren da Reports, die gelöst wurden? Oder was war so der klassische Use Case, warum zwei Leute da so einen SQL-Server betreut haben? Reports war natürlich der eine Use Case, mit einer Tableau-Instanz Standard-Reporting bereitstellen, gerade für den Einkauf, die bei uns einen sehr, sehr starken Bereich darstellen. Was ja logischerweise ist, wir haben ungefähr aktuell 250.000 Artikel im Programm. Das heißt, das muss auch alles beschafft und geplant werden. Da gibt es ein großes Standard-Reporting für den Einkauf. Und dann gibt es eine relativ flexible Urlaub-Welt für den ganzen Finance- und Controlling-Bereich. Das heißt, ich kann im Excel-Cube mir auf verschiedenen Sichten und Perspektiven dort mir genau das rausfiltern, was ich heute brauche, auch mit einem Freiheitsgrad. Wenn ich an irgendwelche Analysen denke, die ich gestern noch gar nicht wusste, war das relativ schnell rein implementiert. Aber man muss natürlich so ein Urlaub-Cube auch kennen und wissen, wie man ihn benutzt, damit da nicht irgendwie Unfug rauskommt. Das heißt, von der Hürde her war es eher für Techniker zugänglich, die dann sozusagen schon einen gewissen Grad an Verständnis für die ganze Umgebung hatten. Ja, cool. Genau. Aber hat der CFO ja sozusagen selber gebaut. Daher kannte er sich in dem System auch noch sehr, sehr gut aus. Bis hin, dass er auch heute noch ab und an mal reingreift und den ein oder anderen Gedanken ausimplementiert, der ihn jetzt gerade im Kopf hat. Also das ist eigentlich so die Wunschvorstellung von Self-Service, wenn man es jetzt mal übertreibt, auf einem sehr, sehr technischen Niveau. Ich glaube, es ist immer auch die Unterschiede, aber kommen wir vielleicht nochmal zu. Je nachdem, was für ein Organisationsmodell du implementierst, ist ja auch der Reifegrad von unterschiedlichen Leuten, die du bedienst, Kunden, wenn man es so bezeichnen wollen würde, ja auch schon so hoch, dass sie vielleicht auch teilweise mitentwickeln können, dürfen, sollen, um ihre Use Cases zu befriedigen. Und du stellst die Infrastruktur zur Verfügung. Das ist ja immer so ein Balanceakt. Wie viel Self-Service kann man den Kollegen ermöglichen, dass es noch funktionabel ist? Aber mit der Grenze spielen wir eigentlich jeden Tag. Aber ich glaube, du bist ja schon mit einem Auftrag gekommen. Was waren so für dich so die ersten Schritte, außer natürlich die Datenmengen innerhalb von der Corona-Zeit zu überstehen und Prozesse zu etablieren? Was waren für dich so die Quick-Wins, die man generieren kann? Warum frage ich das? Ich bin davon überzeugt, dass viele noch vor der Herausforderung stehen. Wir bei Douglas hatten die Situation ja auch vor dreieinhalb Jahren, dass wir viele der Legacy-Systeme angefangen haben, zu überprüfen, was macht Sinn, wo geht die Reise hin, also eine Strategie aufzusetzen. Ja, also wir haben im Grunde relativ schnell mehrere Handlungsfelder identifiziert, die wir angehen müssen. Das eine war, relativ stumpf gesprochen, Personalaufbau. Wir haben gemerkt, mit dem Personal, auch wenn wir noch zwei Leute mehr eingestellt hätten, wären wir den Aufgaben gar nicht hinterhergekommen. Man muss dazu sagen, Bike24 ist so in den letzten drei Jahren, umsatzmäßig hat es sich verdoppelt. Und das heißt, auch die Belegschaft hat sich verdoppelt. Und wo früher in manchen Bereichen ein, zwei Nutzer waren, sind es auf einmal ganze Abteilungen entstanden, die Daten nachgefragt haben. Damit habe ich natürlich auch eine ganz andere Nutzerschaft und viel mehr Anforderungen, denen ich nachgehen muss. So haben wir relativ schnell gesagt, wir müssen das Team massiv aufstocken und auch anfangen, wirklich Rollen zu definieren, damit wir in eine Art Arbeitsmodus kommen. Bisher war das immer so, die Anforderungen gingen per Mail an den einen oder die zwei Mitarbeiter. Und dann hat sich das schon irgendwie umgesetzt in der ganzen Systemlandschaft. Das funktioniert natürlich nicht mehr, sodass wir relativ schnell dazu gekommen sind, Kollegen einzustellen, die dediziert fürs Reporting zuständig sind. Wir haben ein PO eingesetzt. Wir haben das Data-Produkt wirklich als Produkt ausorganisiert, haben Scrum eingeführt, haben einen Ticket-Prozess etabliert, der jetzt auch mit allen Fachbereichen schon so gelebt wird, dass man wirklich in einen arbeitsteiligen Modus kommt, auch in dem Maße, wie man die Kollegen heiern kann und dann auch ans Arbeiten bringen kann. Wir hatten das Glück, dass wir dann schon ab August, September eigentlich zehn Kollegen in dem Bereich hatten und wirklich auch effektiv vorangekommen sind. Ja, also Respekt dafür, weil in einem halben Jahr so hoch zu skalieren, vor allem im Data-Bereich, ist schon eine gute Leistung. Ja, ich bin da auch offen. Also ich heiere dann am Ende auch lieber nach der Einstellung, die derjenige mitbringt, als wenn er irgendwie ein konkretes Skillset schon vorweisen kann, idealerweise auch mit der Technologie, die man dann anstrebt, weil wir auch gar nicht wussten, Anfang des letzten Jahres, welche Technologie wird es denn? Wir kommen von einer totalen Legacy-On-Premise-Welt und jetzt steht einem mit so einer Cloud-Strategie die ganze Welt offen, wo will ich denn hin? Wenn wir jetzt irgendwie noch zwei Jahre Analyse gemacht hätten, in welche Cloud-Systeme wir gehen, da kann ich ja auch niemanden dediziert suchen, der dann, keine Ahnung, AWS kann oder Snowflake, weil ich es noch gar nicht weiß und deswegen haben wir gesagt, wir suchen gute Datenanalysten, die SQL können, die Bock haben auf das Ganze und Technologie bringen wir dann auf der Reise uns gegenseitig bei und das im Großen und Ganzen funktioniert das ehrlich gesagt auch. Ja, ist total spannend, weil die Erfahrung habe ich bei einigen Abteilungen gemacht oder bei einigen Unternehmen gemacht und Matthias, da auch gerne deine Meinung mal zu. Viele, der aus der Community fragen mich und sagen, okay, Jonas, wie hast du denn überhaupt geschafft oder wie schaffen das andere, dass der Bedarf geweckt wird, dass wir die Data-Organisation aufbauen müssen. Ich bin auf jeden Fall bei Douglas, habe ich die Erfahrung gemacht und ich höre das so ein bisschen, Matthias, auch bei dir. Wenn es jetzt ganz hart gesprochen ein gesundes Unternehmen ist, was Transparenz schaffen will, dann ist der Bedarf bis zu einem gewissen Reifegrad der Analytics oder so da, Transparenz schaffen und dafür brauchst du Leute. Und es hört sich ja auch so bei euch an. Also wir haben dann auch angefangen, wie du sagst, erstmal ein Produkt zu entwickeln, die Anforderungen ordentlich aufzunehmen, zu definieren und eine Timeline zu machen und zu sagen, welchen Use Case kriegen wir, mit welchen Daten erschlagen. Das ist ja eigentlich noch nicht, jetzt mal ganz hart gesprochen, der fancy Stuff, aber viele scheitern schon da. Das sind ja eigentlich die Basics, aber gerade wenn du so ein Junges, also Bike24 hat er immer so den Eindruck wie ein Startup, gerade in den letzten Jahren, weil so viele kluge neue Köpfe reingekommen sind, die natürlich auch aus anderen Unternehmen mitbringen, diese Arbeit mit Daten, dieses Datengetriebene, einfach auch den Hunger irgendwie das Geschäft zu verstehen und dadurch sind gerade so die neuen Kollegen auch auf uns zugetreten, die merken, es gibt eine BI-Abteilung, hey, von denen kriegen wir Daten, da müssen wir ran und dadurch wächst der Bedarf automatisch und jetzt ist E-Commerce prozessual ja relativ einfach, muss man ja, wenn man von ganz oben drauf guckt, im Grunde, ich habe einen Webshop, der Kunde bestellt was, das wird per Päckchen verschickt, aber da gibt es so viele Facetten, die da dranhängen und da brauche ich natürlich auch Leute, die dann den Prozess verstehen und aus den entstehenden Daten dann auch die richtigen Schlüsse ziehen können und das geht halt nicht mit einer Zwei-Mann-Truppe, die dann vom Webshop bis zum Lager und dem Retouren-Prozess alles verstehen sollen, das ist illusorisch, gerade nicht in den Mengen, die wir dann auch abhändeln. Da bin ich auch ganz glücklich, Kollegen gefunden zu haben, die da echt Bock drauf haben und die auch ein Verständnis von dem Prozess haben, da auch reinzuschauen, wie sieht so ein logistischer Prozess aus und warum tickt das Lager heute komisch, was ist da los? Das heißt, die erste Aufgabe, die ihr hattet im ersten Jahr, vielleicht das ganze Jahr 2021, war Transparenz schaffen, höchstwahrscheinlich, oder? Also gewisse Datenquellen anschließen, zentral anschließen, teilweise modellieren, Tableau war wohl schon drauf, hast du gesagt, und dann in Reports gießen. Also genau das erste Jahr würde ich als Findungsphase definieren. Wir hatten schon einen Teil von Datenquellen angebunden, haben letztes Jahr uns das Logistik-Thema als eines der Themen auf die Fahne geschrieben, wo wir deutlich mehr angebunden haben als vorher, um auch in die Logistik einen tieferen Insight zu bekommen und haben das Jahr auch genutzt, um uns technisch die Karten zu legen, wo wir hinwollten. Als ich eingestellt wurde, war eine der Maßgaben schon, wir wollen von Tableau weg, aus Gründen, das heißt, wir haben angefangen, Power BI einzuführen parallel, haben dort die ersten Berichte auch aufgebaut, ein Reporting-Konzept auch für Power BI uns entwickelt, wie sowas aussehen kann, mit Berechtigungen und mit dem Entwicklungsflow. Und das andere Thema, was auch schon auf der Agenda stand, war der Wunsch nach einem zentralen Data Warehouse mit der Data Vault-Methodik. Das war auch einer der Gründe, warum ich zu Bike24 gekommen bin, weil ich Data Vault ganz gut kenne und lieben gelernt habe und das auch bei Bike24 voranbringen wollte. Und so haben wir dann uns auch technisch überlegt, wo wollen wir denn hin, nach Cloud. Für die Leute, die die Data Vault-Methode nicht kennen, magst du da zwei, drei Sätze zu verlieren? Ja, Data Vault ist ein Datenmodellierungsansatz, gerade für den Enterprise Data Warehouse-Gedanken, wenn ich wirklich einen Single Point of Truth haben möchte, vielleicht auch aus vielen Datenquellen Daten integrieren und zusammenbringen möchte und dort auch einen Anspruch habe, die Daten möglichst schnell integriert zu bekommen. Und da bietet Data Vault einen Ansatz, die Datenquellen in verschiedene Objekte zu zerlegen, was am Ende auch automatisiert möglich ist, wenn man sich da in das ganze Thema ein bisschen reingefunden hat, sodass jede Datenquelle am Ende in Hubs, Links und Satz zerlegt wird und die Kontexte sich dann über die Modellierung bilden. Ist mittlerweile, ich würde jetzt nicht sagen Industriestandard, aber es hat sich, glaube ich, in vielen Data Warehäusern schon durchgesetzt, das als Modellierungsansatz zu nehmen, weil es gut automatisierbar ist und auch relativ schnell verständlich für alle. Ich finde es immer einen spannenden Case, dass man das beleuchtet, weil Automatisierung bedeutet ja auch personelle Entlastung, bedeutet auch Qualitätssicherung sozusagen automatisiert zum gewissen Grad und das ist das, was ja auch einigen Firmen in der Weiterentwicklung so ein bisschen manchmal das Bein stellt, dass der Betrieb oder die Pflege des Systems auch durch so hohe manuelle personelle Aufwendungen verlangsamt wird. Ja, Data Vault hat was noch als Pluspunkt, was ich ganz gut finde, man macht sich echt intensiv Gedanken über seine Geschäftsobjekte, weil Data Vault halt im Kern immer Geschäftsobjektmodellierung beinhaltet. Ich kippe nicht einfach irgendwelche Quelldaten in ein System, historisiere und die und hoffe, das hält irgendwie 100 Jahre, sondern ich mache mir am Ende dediziert Gedanken über Geschäftsobjekte und das ist eigentlich sinnvoll, weil selbst wenn das Logistiksystem irgendwann mal wechselt oder das ERP sich irgendwann mal wechselt, eine Bestellung ist eine Bestellung, auch in 100 Jahren und auch eine Rechnung ist eine Rechnung in 100 Jahren, da bietet Data Vault so eine gewisse Kontinuität. Was kam noch so nach den zwölf Monaten Findungsphase, was war das so das nächste Thema, was ihr angegangen seid? Ende des Jahres haben wir dann begonnen mit der Cloud-Migration. Wir haben angefangen, uns auf Snowflake zu konzentrieren. Wir haben einen kleinen Auswahlprozess gemacht. Man muss dazu sagen, wir bauen auch in der restlichen IT-Infrastruktur aktuell eigentlich jedes System um, was wir so im Hause haben. Viel bewegt sich in die Cloud und da guckt man natürlich auch die Data Warehouse-Lösungen der großen Cloud-Anbieter an, BigQuery, Azure Data Fabric, sind dann aber relativ schnell zu Snowflake gekommen, weil es aus unserer Sicht eine echt spannende Lösung ist, gerade für jemanden, der aus diesem harten Microsoft SQL Server Umfeld kommt. Man findet sich schnell wieder, der SQL-Syntax ist gleich, ich kriege meine Datenbanken, meine Query ist relativ schnell übernommen und das hat uns sofort mitgenommen und seitdem sind wir eigentlich seit Anfang des Jahres dabei, das Data Warehouse Richtung Snowflake zu migrieren und dort uns Stück für Stück ranzutasten und die Cloud-Welt zu entdecken und auch die Fallstricke, die man da so mitnehmen kann. Ja, wie ist da so deine persönliche Meinung? Wir haben auch so die Situation bei einigen Projekten durchgesprochen, Lift-and-Shift-Modell, geht man nochmal in Workshops, holt sich nochmal von den Fachseiten die einzelnen Anforderungen ab. Was ist so dein Ansatz, was ist deine Erfahrung? Wir fahren kein dediziertes Lift-and-Shift-Modell. Wir haben zu Beginn bestimmte Use Cases, die wir im letzten Jahr noch in der On-Premise-Welt gebaut haben, einfach rübergenommen. Da haben wir Lift-and-Shift gemacht. Wir haben aber auch Use Cases genommen, die aktuell bei uns data-technisch noch gar nicht beleuchtet waren und haben die dann direkt in der Cloud angebunden, sodass wir schon zweistufig vorangehen können, dass wir zum einen die Altwelt abgeschaltet bekommen irgendwann, aber dass wir auch einen Mehrwert generieren können. Also Lift-and-Shift hat ja immer den Nachteil, von außen, vom Fachbereich aus, passiert da jetzt nicht viel. Also wenn ich von einem Power BI-Bericht oder einem Tableau-Bericht die Datenquelle wechsle, hat ja der Nutzer erst mal nicht mehr Insights. Nur wir in der IT können uns freuen, dass wir irgendwas in die Cloud geschoben haben. Und so versuchen wir, das immer mehrschrittig anzugehen, damit wir Mehrwert generieren können, weil dafür sind wir ja am Ende da. Ich glaube, ich finde es immer dieses, viele sagen ja Shit-in, Shit-out oder irgendwie ein Piep-Prozess, der manuell läuft. Und wenn du den digitalisierst, ist es trotzdem noch ein Piep-Prozess. Aber die Situation ist, glaube ich, auch genauso in der BI-Welt, wenn du irgendwie was On-Premise laufen hast und plötzlich das alles in die Cloud schiebst, aber vorher nicht drüber nachdenkst, ob du die Prozesse überhaupt noch brauchst oder wie du die Prozesse brauchst, wie du das Datenmodell überhaupt aufsetzt, dass es überhaupt für die Zukunft funktioniert oder jedenfalls für die, die du absehen kannst. Dann hast du danach wieder die gleiche Soße, nur On-Cloud oder in der Cloud statt On-Premise, was dir auch nicht viel bringt. Nee, also wir haben, muss man dazu sagen, also das letzte Jahr hat uns auch sehr geholfen, das Geschäft tiefer gehend zu verstehen. Das heißt, selbst wenn wir ein Lift-and-Shift machen, gibt es noch ganz signifikante Anpassungen, weil wir viel gelernt haben in den Prozessen vom letzten Jahr. Die ganze Organisation hat auch eine ganze Menge gelernt, weil man eben in dieser IT-Transformation alle Systeme anfasst und dann auch Legacy-Systeme, die man seit 20 Jahren entwickelt, nochmal tiefer unter die Lupe nimmt und dann eigentlich merkt, was man hier so treibt. Und parallel, wir bauen jetzt zum Beispiel einen zweiten Lagerstandort, fängt man an, sich damit zu beschäftigen, wie das denn aussieht, wenn ich ein Quellsystem auf einmal zweimal da habe. Wie integriere ich denn das in solchen Systemen? Also da kommt ganz viel Lerneffekt, dazu, wo man von außen stehend sagen könnte, hey, die Kollegen kommen aber langsam voran. Aber intern passiert natürlich ganz, ganz viel, weil man auch viel lernen und erforschen muss an ganz vielen Fronten, fachlich wie technisch. Und das macht es so spannend. Definitiv. Das heißt, wo steht ihr jetzt? Ich glaube, ihr seid über die, würde ich jetzt verstehen, über die Reporting-Use-Cases hinweg, sondern habt auch schon weitere Use-Cases eher in die Breite weg vom Reporting aufgestellt? Ja, also wir haben natürlich auch den, du würdest sagen, den klassischen Fehler gemacht, einen Data Scientist eingestellt, obwohl die Datengrundlage nicht so da ist. Also wir haben auch einen Kollegen, der sich intensiv mit Data Science beschäftigt, wobei man sagen muss, wir haben ja einen relativ guten Datentopf schon da gehabt, auch wenn der in der On-Premise-Welt jetzt vielleicht nicht den modernsten Maßstäben entspricht, aber man hat echt einen Fund, aus dem man schöpfen kann, nämlich 20 Jahre Abverkaufsdaten von so einem E-Commerceler, der sich von Null auf 250 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr entwickelt hat. Und da haben wir einen Kollegen, der jetzt immer tiefer in so verschiedene Use-Cases auch einsteigt, zu identifizieren, was haben wir denn für Kunden? Wir postulieren immer, unser Kunde ist der Fahrrad-Enthusiast, der bei uns jedes Spezialteil für sein Rad findet, was es irgendwo auf der Welt gibt. Aber wie kann ich das in den Daten ausprägen? Wie sieht ein Rennfahrer in den Daten aus? Oder was macht ein Mountainbiker aus? Weil nicht jeder kauft sofort ein Full-Mountainbike für 5.000 Euro, sondern kauft vielleicht erst mal einen Lenker. Aber auch schon damit kann ich ja Rückschlüsse auf ihn führen, so dass wir zum Beispiel sehr, sehr tief in die Produktdaten auch einsteigen. Welche Produkte klassifizieren einen Mountainbiker? So segmentierungmäßig über die Kaufhistorie oder vielleicht sogar den First Purchase. Und so stellen wir dann fest, auch wie sich Kunden entwickeln. Die ersten Jahre kaufen die nur Teile, manchmal Jahre auch gar nicht und auf einmal steigen sie ein und kaufen von jetzt auf gleich ein Mountainbike oder ein Rennrad oder ein E-Bike. Halbes Jahr später das zweite Fahrrad. Und dann merkt man gleich, okay, da ist wirklich, da ist ja auch Enthusiasmus dahinter. Wenn ich ein hochpreisiges Fahrrad kaufe, dann beschäftige ich mich ja auch damit. Ja, kann ich mir selber erzählen. Du hast irgendwie ein etwas älteres Fahrrad, mit dem man sich beschäftigt. Dann fängt man an, irgendwas auszutauschen. Wenn man es selber austauschen kann, dann baust du irgendwas nach, optimierst. Und dann beginnt natürlich auch die Trainingsphase. Es macht natürlich keinen Sinn, gleich das Top-Fahrrad zu kaufen, wenn du noch nicht die Watt treten kannst. Und dann bringst du es vielleicht auch mal zu einem Händler vor Ort, weil du irgendwas reparieren willst. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, let's go. Jetzt kann ich auch mal etwas schneller auf dem Rennrad fahren und das über eine längere Distanz. Jetzt hole ich mir mal was Gescheites. Also jetzt muss man dazu sagen, und an der Stelle ist es auch von Vorteil, wenn man Mitarbeiter hat, die auch verstehen, wie das Radbusiness funktioniert, unser Data Scientist, wo er angefangen hat, der erste Kontakt war, wo er sich sozusagen das Schlüsselbein gebrochen hat, weil er eine Woche vorher sich bei der Mountainbike-Tour hingepackt hat. Aber er weiß halt ganz genau, welche Gabel zu welcher Sportart gehört und was ein Downhill-Fahrer, warum der einen anderen Sattel braucht als einen Rennfahrer. Das ist echt von Vorteil. Wo du dann auch deutlich tiefer in die Daten einsteigen kannst, als wenn du jetzt sagst, ich habe irgendeinen Wirtschaftsinformatiker, der kennt zwar E-Commerce, aber der kennt das spezifische Produkt dann auch nicht. Vor allem spannend, und genau da braucht man diese persönliche Stärke, wenn man natürlich die Situation hat, dass die Produktdaten, und da seid ihr ja auch abhängig von euren Lieferanten, nicht so gepflegt sind, dass an dem Sattel die Information liegt, dass man das für einen Downhill braucht, sondern man kriegt einfach die Information, hier ein Sattel, Farbe, Größe, vielleicht noch Gewicht und let's go und nicht diese Cases, ja. Sehr gut. Habt ihr einen Mehrwert gesehen? Was war so der klassische Mehrwert, ohne vielleicht zu sehr Insights über Use Cases zu machen? Aber ich bin natürlich sehr gespannt. Und On-Premise zu Cloud, was waren so die vielleicht Modellgrößen, Modellarten, die ihr habt rechnen können im Data Science Bereich, die jetzt wirklich einen Mehrwert bieten? Also ich kann dir mal was von uns sagen, damit du weißt, wo ich hin will. Bei uns hat irgendwie Big Data mit dem Laptop aufgehört und wir haben immer nur gewisse Teildaten mit einem gewissen Teilzeitraum verarbeiten können, ja. Also das war nicht wirklich Data Science. Ich sage auch immer lieber Advanced Analytics, jetzt in der Cloud, auch wo wir sind, ist natürlich die Datenmenge ganz anders und du kannst die Modelle über x Daten Zeiträume und x Daten Mengen laufen lassen und du kriegst auch ein Ergebnis. Ja, also um ehrlich zu sein, da sind wir mit der Cloud-Landschaft noch nicht so weit, dass wir sagen können, da kann unser Data Scientist aus dem Vollen schöpfen. In der Regel braucht er dann immer noch Daten, die er sich aus dem On-Prem-System anreichert und dann stehen wir an der Stelle immer, dass das dann doch irgendwo lokal auf seiner Maschine läuft. Weil uns einfach das komplette Dataset noch in der Cloud fehlt. Wir merken bei größeren Auswertungen, gerade wenn wir jetzt in Web Analytics gehen, da ist die Cloud ein klarer Vorteil. Also früher konnten wir in der On-Prem-Welt Google Analytics vielleicht für sechs Monate auswerten. Heute können wir alles, was wir an Daten haben, durchladen, in sämtliche Perspektiven uns angucken. Da merkt man schon ein Change und wenn man ein bisschen kreativ ist, weiß man auch, welchen Einfluss das auf mögliche Analytics und Data Science-Geschichten hat. Jetzt sind wir auch echt gespannt drauf, wenn wir da wirklich hinkommen, genau diese Use Cases auch voll in der Cloud laufen zu lassen. Das heißt, zusammengefasst und du korrigierst mich, gestartet sehr klein, dann erstmal geguckt, Personal aufzubauen, weil genug Bedarf da war, dann darüber gegangen, irgendwie eine Evaluierung zu machen, wo geht die Reise eigentlich strategisch hin, brauchen wir Cloud, was bedeutet das für uns? Und jetzt zum, die etwas größeren und allgemeinen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen sagen, was sind so die Use Cases, die ihr im Reporting erschlagt, dann gibt es jetzt so Data Science, die Use Cases auch da gerne, vielleicht nochmal ein oder zwei Beispiele, wenn du kannst, Matthias. Und gibt es noch so Themen, die ihr jetzt aus eurer Sicht an Produkten oder auch an Servicen aufstellt? Ja, was wir noch gemacht haben im letzten Jahr, was vielleicht auch ganz spannend ist, historisch bedingt hat auch das BI-System eine ganze Reihe operativer Prozesse bedient, also wirklich hart operativer Prozesse im OLTP-Sinne. Auch die haben wir identifiziert und deklariert, um die perspektivisch entweder in die Quellsysteme zurückzugeben oder auch weiter zu professionalisieren. Da sind wir noch dran, also bis hin zur Verfügbarkeitsanzeige im Shop, die dann irgendwie über die BI-Systeme läuft. Die klassischen Use Cases im Reporting sind halt, ich sag mal, Lagerbestandsanalysen, DIO, Stockwerte, aber auch, wie laufen meine Newsletter-Kampagnen, der ganze Blumenstrauß, vom Marketing bis zur Logistik, kann sich irgendwie jeder an einer Stelle bedienen und seine Zahlen dort rauskramen. Im Data Science Bereich sind wir am nächsten, gerade in dieser Thematik Customer Analytics, den Kunden besser verstehen. Das ist, glaube ich, auch ein Never-Ending-Story, weil sich Kunden auch verändern, Segmente verändern. Da ist man, glaube ich, immer dran. Und was uns jetzt gerade auch umtreibt, was weniger ein klassisches BI-Thema ist, wir wollen uns mehr dem Thema EDI widmen, das heißt elektronischer Datenaustausch mit Lieferanten und Partnern. Wir arbeiten aktuell mit roundabout 800 Lieferanten zusammen und das ist ein hochmanueller Prozess von 800 Lieferanten, Preislisten, Bestellungen, Auftragsbestätigungen zu verarbeiten. Und da sind wir gerade dabei, ein EDI-System zu implementieren, um dort die Schnittstellen zu automatisieren, um die Kollegen im Einkauf, in der Produktpflege freizuspielen für sinnvolle Content-Arbeit und nicht irgendwelche Preislisten zu importieren, die per Mail von einem Sachbearbeiter beim Lieferanten gekommen sind. Das ist bei uns auch ein ganz großes Thema. Ja, also nicht nur im Reporting Sachen automatisieren von manuellen Excel-Zusammen-Dengeln, sondern auch eben in anderen Abteilungen so diese Hausmeisterarbeit, sage ich immer, das ist gar nicht despektierlich gemeint, umzusetzen. Nee, wir haben uns als Data-Bereich wirklich das auf die Fahne geschrieben. Alles, wo es darum geht, mehr als zwei, drei Datenzeilen zu bewegen, sondern wirklich batchmäßig oder in größerem Umfang Datenbewegungen anstehen, dass wir dort unterstützen. Wenn es nicht mit unserem System ist, dann sei es doch zumindest durch Expertise, weil der Blick, den jemand aus dem Data-Bereich hat, der ist immer ein bisschen anders als ein klassischer Softwareentwickler, der OLTP-Transaktionen verarbeitet. Das ist einfach so. Weil wenn ich, jeder, der den Schmerz schon mal gekannt hat, irgendwie ein Dataset zu optimieren mit fünf, sechs Millionen Zeilen, um da aus der Abfrage noch ein bisschen was rauszuholen, entwickelt einen anderen Blick für Daten. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und es fliegen immer mehr Daten durch die Welt. Und da versuchen wir zu helfen und zu sortieren. Wo geht die Reise hin, Matthias? Was sind so die nächsten Themen, die euch beschäftigen werden? Also was wir echt noch als Pain-Point haben an dieser ganzen Cloud-Welt, ist das Thema Data-Integration. Ich glaube, wenn du einen Data-Integration-Case hast, der bedeutet nur Cloud in Cloud, also Quellsystem Cloud und die Datenbank in der Cloud, dann finden sich gute Tools. Wir haben halt den Case, wir haben einige Systeme in der Cloud, wir haben einige Systeme aber auch noch On-Premise, die auch in der Zukunft immer On-Premise sind. Und da wird es bei den Tools dann auch schon dünner. Das heißt, wir sind da noch an der Findung, mit welchem Tool wir die Daten in die Snowflake am elegantesten reinbekommen. Ob es ein Tool wird oder drei Tools, haben uns da Fivetrend angeguckt, haben einige Ladestrecken auch selber entwickelt. Da haben wir noch nicht den Königsweg gefunden und sind noch am Experimentieren. Und wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, um die ganze Snowflake-Welt mit DBT zu automatisieren, dort unseren Data Vault aufzubauen und möglichst straightforward im DBT das Ganze runter zu programmieren. Da lernen wir auch aktuell noch sehr, sehr viel. Ist auch ein mächtiges Werkzeug, DBT. Ja, habe ich schon viel Positives gehört. Da muss ich mal hier der Aufruf an alle, die zuhören. Wenn ihr DBT schon groß im Einsatz habt, meldet euch und lasst uns mal gerne eine Folge darüber machen. Ja, Matthias, es ist ganz spannend. Ihr habt es von der anderen Seite so ein bisschen beleuchtet. Also ihr seid Snowflake, Automatisierung, DBT und kümmert euch jetzt um ELT, ETL. Wir haben sozusagen erst eigentlich über ETL, ELT, Snowflake und Co. sozusagen also einmal von der anderen Seite. Aber ich glaube, vom Ergebnis laufen wir auf die gleichen Sachen hinaus. Habt ihr euch schon entschieden, ELT oder ETL, also Extract, Load & Transform oder Extract, Transform & Load? Also wir machen ELT ganz klar, auch durch den Ansatz, den wir mit dem DBT fahren, weil wir festgestellt haben, wenn die Daten erst mal im Snowflake sind und wir die Transformation dann mit dem DBT abfahren, das ist unschlagbar. Und da wollen wir eigentlich hin, dass wir die Daten wirklich bloß noch relativ stumpf aus der Quelle in die Snowflake abwerfen und alles, was dann passiert, darum kümmert sich das DBT. Allein schon, weil ich mit dem Werkzeug so eine schöne Dokumentation habe. Also wenn man einen gewissen Fevel für metadatengetriebene Entwicklung hat, dann kommt man, also da kriegt man goldene Augen bei der DBT-Dokumentation, weil ich halt jede Sonderlocke, jede Transformation sauber abgebildet und transparent bekomme. Das müssen ETL-Werkzeuge erst mal liefern in dem Detailgrad. Lieber Matthias, was würdest du, wenn die Leute hier gerade zuhören, vielleicht vor der gleichen Herausforderung stehen oder eben schon im Prozess deiner letzten anderthalb, zwei Jahre sind und waren? Was sind die Do's und Don'ts, wenn man so richtig Clickbaiting unterwegs ist, die du rätst? Also was würdest du raten? Wovon würdest du auf jeden Fall abraten? Also ich rate auf alle Fälle von der 100-Prozent-Lösung ab, die man von vornherein durchdenkt. Da wird man meistens von der Realität eines Besseren belehrt. Also ich bin ein hoffnungsloser Pragmatiker und einfach schauen, dass man Use Cases identifiziert, wo man das Gefühl hat, dass man die an den Start bringen kann. Refactoren muss man vieles sowieso immer und immer wieder im BI-Bereich. Ich glaube, es ist nie irgendwas fertig. Ich habe noch nie ein Data Warehouse gesehen, wo man sagt, oh, schön, das hält jetzt 15 Jahre. Ich muss eh alles immer wieder anfangen und deswegen möglichst schnell den Kunden Mehrwert bieten, auch wenn der Use Case jetzt noch nicht riesig gigantisch ist. Und wir stellen fest, dass sich so eine Art Kanban-Flow eher eignet, als große Projekte zu machen oder Sprints zu definieren. Stück für Stück Content liefern, Mehrwert liefern, weil eine Information, die der Kunde, der Fachbereich nach zwei Wochen hat, sind Mehrwert für ihn, als wenn er irgendwie sechs Monate warten muss, aber die vollumfängliche Lösung hat. Lieber ein bisschen pragmatischer rangehen und Stück für Stück sich ranarbeiten. Sehr gut. Also kann ich nur unterschreiben. Ich liebe das Pareto-Prinzip. Ich glaube, man muss immer los und testen. Ich glaube, mit der Art und Weise, was du gesagt hast, mit irgendwie nicht zu viel Prozesse aufsetzen, sondern ein bisschen mal was wagen. Ich glaube, es ist manchmal im großen Konzern immer schwerer, weil da doch immer gerne an Prozesse oder irgendwie an Sicherheiten gedacht wird. Hat man denn alles beleuchtet? Aber ich glaube auch, dass man mal mit einem Schritt in die richtige Richtung, nicht nur den großen Zeh, sondern vielleicht auch mal das ganze rechte Bein oder linke Bein reinzuhalten, da wird auch nicht viel passieren. Worst case, dass man es ausprobiert hat und aus den Learnings was Positives rauszieht. Cool. Matthias, wo geht die Reise hin? Kannst du noch irgendwas sagen, was du siehst, was jetzt irgendwie bei euch kommt, was du noch angehen möchtest, jetzt hier in dem Jahr 2022? Jetzt haben wir Mitte Juli. Was steht für euch so bis Ende des Jahres vielleicht? Also wir wollen bei den Daten deutlich näher an den Stellzeitpunkt ran in der Verarbeitung. Das heißt, Realtime ist jetzt so ein blödes Passwort. Ja. Wir wollen natürlich near Realtime oder im Stundentakt an bestimmte Informationsquellen ran, was gerade im On-Premise-Bereich, wenn da irgendeine alte Oracle-Datenbank drunter schlummert, schwierig wird. Aber gerade in den moderneren Systemen, da sehen wir einen gewissen Mehrwert raus. Und wir wollen das Thema Kunden deutlich sauberer ausmodellieren und kennenlernen. Das wird so die Hauptjourney sein, neben unseren ganzen anderen IT-Projekten. Also wir stecken in der SAP-Einführung, wir bauen neue Läger. Das sind auch alles Quellen, die neu mit dazukommen. Das heißt, das Daily Doing, das operative Business lässt sich ja nicht wegschieben, nur wenn man gerne die Plattform neu bauen würde. Das heißt, das ist immer so ein Balanceakt. Fifty-fifty das operative Geschäft weiter unterstützen und der andere Weg ist, in die tieferen Analytics einzusteigen. Auch wirklich mal ein Machine Learning Modell so produktiv setzen, dass sich das auch ins Reporting oder in die operative Unterstützung mit einfließen lassen kann. Das sind so die Themen, die uns jetzt vorschweben. Mal gucken, was die Zeit bringen wird. Ja, bevor ich meine letzten zwei Fragen stelle, an alle Zuhörer und Hörerinnen da draußen. Ihr seid bestimmt mit einem mobilen Endgerät da und nutzt es vielleicht über Apple Podcast oder Spotify. Dann geht ihr auf meinen Podcast und drückt bitte den Abonnieren-Button und zusätzlich auch noch dazu, wenn ich schon so viel von euch möchte, auch noch gerne den Podcast bewerben. Das kann man von 0 bis 5 Sterne. Ich freue mich natürlich immer über mehr Sterne wie weniger Sterne und auch gerne was dazu schreiben. Müsst ihr aber nicht zwangsweise tun. Nun, solltet ihr Bock haben, mal selber mit in den Podcast zu kommen, meldet euch gerne oder ihr kennt jemanden, den wir auf jeden Fall mal beleuchten sollten. Vielen, vielen Dank. Ja, lieber Matthias, total spannende Folge. Du merkst, wir könnten auch noch Stunden darüber diskutieren. Wir haben zu vielen auch, glaube ich, sogar die gleiche oder ähnliche Herangehensweise und Ansicht. Zwei Fragen, die du schon kennst, das wahrscheinlich. Was machst du privat mit Daten und wie wäre Film- oder Serientitel von dem Data Game das, was du gerade bei Bike24 machst? Ja, also privat mit Daten. Ich könnte jetzt mit dem klassischen Fitness-Tracker-Use-Case ankommen, aber ich habe zwei Jungs, die haben relativ viele Klemmsteine, Klemmbausteine. Ich glaube, zwei, drei Millionen Lego-Steine und immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, baue ich an einem Machine Learning Algorithmus, der per Image Recognition Lego-Steine erkennen kann. Der Masterplan ist, irgendwann mal eine Sortiermaschine zu bauen, die das automatisch macht. Mal gucken, in zehn bis 15 Jahren bin ich vielleicht zu weit. Eher eine Spielerei, aber auch mit Daten zu tun. Das ist ja was völlig anderes, keine Finanzdaten. Und ja, Serientitel. Ich weiß nicht, ob du The Big Bang Theory kennst. Ja. So eine Nerd-WG. Jeder ist irgendwie auf seine Art liebenswert, hat seine eigenen Macken und Qualitäten. Und so würde ich uns auch beschreiben. Also wir sind eine bunt durcheinander gemischte Truppe. Jeder hat so seine Spezialitäten. Aber in der Summe harmoniert es ganz gut und bringt uns voran. Vielen, vielen Dank. Die letzten Worte gehören dir, lieber Matthias. Und ich verabschiede mich schon aus dieser Folge. Ich danke dir für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Hat mir riesen Freude gemacht. Du hast das richtig gesagt. Wir könnten noch stundenlang reden. Gerade meine Lieblingsthemen, Data Vault und Co. haben wir ja nur angeschnitten. und freue mich, wieder von dir zu hören. Something.